Ihr habt es euch gewünscht. Der vielleicht mächtigste Bank je aller Zeiten. Ein Mann, der die moderne Finanzindustrie wie kein Zweiter geprägt hat. Ein Turbo-Kapitalist, der mit seinen Deals zu einem der reichsten und mächtigsten Menschen seiner Zeit aufstieg und der Namensgeber, einer der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Der Name JP Morgan ist für viele Menschen heute einfach nur der Begriff einer der weltweit größten Banken und nur wenige kennen die Geschichte hinter dem Gründer und Namensgeber. Einer der größten Industriellen der USA, der das Land mit zu dem gemacht hat, was es heute ist. Daher schauen wir uns heute an, wie JP Morgan dieses Imperium aufgebaut hat, wie er ganze Industrien revolutioniert hat und warum er für den finanziellen Erfolg über Leichen gegangen ist. Und er lernt noch, was Nikola Tesla und Leonardo DiCaprio damit zu tun haben. Vor 187 Jahren, am 17. April 1837, kommt in Hartford, Connecticut, an der Ostküste der USA, ein Mann zur Welt, der zu einem der einflussreichsten Menschen und heutiger Namensgeber der größten Bank der USA werden wird. John Pierpoint Morgan Das Netzwerk für seine spätere Karriere wird ihm aber zu seiner Geburt direkt mit in die Wiege gelegt. Sein Vater ist nämlich schon ein einflussreicher Bankier in Boston. John ist also Nepo Baby oder zumindest aus der Oberschicht. Wäre er heute geboren, hätte er Safe & Trust Fund am Start. Aber gucken wir uns doch mal seinen Vater genauer an. Junior Spencer Morgan ist ab 1854 als Partner bei der George Peabody & Company in London. Okay, kennt kein Schwein, ist auch nicht weiter tragisch. Grob gesagt, er bereichert sich als Investor an den amerikanisch-britischen Beziehungen. Das Vereinigte Königreich ist nämlich damals noch die Wirtschaftsmacht Nummer 1 und die USA nur eine kleine Aufstimmende Nation, also quasi Entwicklungsland. Daneben leitet er auch noch den Franzosen Geld im Krieg gegen die Preußen, sponsert die Ägyptische Nationalbank oder große Handelsprojekte in Argentinien. Halt, was Banker so früher langweiliges gemacht haben, als die Finanzbranche noch nicht so war wie heute. Die Faszination für eben diese Finanzbranche kann Junior Spencer dem jungen John Pierpoint schon mal weitergeben. Aber nicht nur das, auch die Faszination für Doppelnamen. John Pierpoint ist nämlich viel zu lang, deshalb machen wir daraus jetzt einfach JP, es einfacher zu merken. JP ist also ein reicher Bankiersohn, der sich früh für Geld und Wirtschaft interessiert. Klingt eigentlich wie die Story der Hefte unserer Abonnenten und vielleicht auch der Grund, warum euch das Thema gewünscht habt. Vater und Sohn sind sich einig, JP soll studieren und wie das heute auch so ist, sponsert der die Iman-Studium im Ausland. Es geht für JP nach Deutschland. Daher jetzt die Millionenfrage. Reicher Vater, Macher-Mentalität, Target-Uni ist das Ziel. Für welche Uni hat er sich entschieden? Okay, die Antwort war nicht dabei. Die richtige Antwort wäre die Uni Göttingen gewesen. Eine der ältesten und damals angesehensten Unis der Welt. Thema Uni also schon mal abgehakt. Zweites Ziel vom Vater, JP soll Deutsch lernen. Fremdsprachen sind nämlich wichtig in der Geschäftswelt. In Göttingen hat er von nun an jeden Tag Deutschunterricht. Und so verbringt er sein Studienleben. Nach mehreren Jahren in Europa kehrt er erst 20 Jahre alte JP nun als High Potential zurück in die Staaten, bereit die Welt zu erobern. Aber noch ein schneller Funfact zu JP. Er ist der Neffe des Komponisten James Lord Pierpoint, der das Weihnachtsziek Jingle Bells komponiert hat. Denkt also nächstes Jahr zu Weihnachten an JP morgen, falls ihr das eh schon nicht jeden Tag tut. Wir schreiben das Jahr 1857. Mit 20 Jahren steuert JP seine Karriere im Finanzwesen. Wo heute ein paar Praktiker oder werkscheinenden Jobs Standard werden, beginnt unser Protagonist aber direkt im Olymp. An der Wall Street. Genauer gesagt, bei der Privatbank von George Peabody. Also der Bank, wo auch sein Vater arbeitet, nur halt in der amerikanischen Niederlassung, während sein Vater in London sitzt. Die Bank ist aber kein No-Name, sondern zu dem Zeitpunkt der Hauptinvestor der amerikanischen Eisenbahn. Ihr müsst wissen, die amerikanische Wirtschaft besteht im 19. Jahrhundert eigentlich zum größten Teil nur aus zwei Dingen. Der Stahlindustrie und der Eisenbahnindustrie. Um das einzuordnen, die Bank, in der JP vor nun an arbeitet, ist also ungefähr wie eine Bank, die heutzutage in Deutschland alles in der Automobilbranche finanzieren würde. Es gibt aber ein Problem. Ein gewaltiges. Peabody geht das Geld aus, weil die Eisenbahnindustrie die erste große Krise der Zeit durchlebt. Die Bank braucht also kurzfristig einen Kredit, sonst gehen die Lichter aus. Hinzu kommt, dass es damals in den USA keine Zentralbank gab, die hätte retten können. Hilfe kommt, untypischerweise, von der Bank of England. Aber gut, Bank ist gerettet, das Business geht weiter. JP's neue Herausforderung entsteht jetzt eher auf der Personalebene. Sein neuer, direkter Vorgesetzter ist nicht irgendwer, sondern Junior Spencer, sein eigener Vater. Eher semi-geil, wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt. Und sein Vater hat folgendes Mantra. Slow and sure. In Fußballsprache heißt das so viel wie, erstmal hintenrum spielen oder hoch und weit bringt Sicherheit. Alles nur bloß kein Risiko. Das genaue Gegenteil von JP, der in seinen jungen Jahren stelle Ergebnisse will. Aber gut, damit muss er erstmal leben. Als Vater Juniors 1864 die Bank von Peabody übernimmt und in JS Morgan & Co. umbenennt, geht's erst so richtig ab. Und Vater und Sohn beginnen zu skalieren, trotz den Meinungsverschiedenheiten. Man kann sagen, der eigentliche Aufstieg beginnt ab hier. Die Arbeitszahlung ist von Anfang an klar. Der Vater sammelt in London, in der alten Welt, das Geld ein. Und der Sohn legt es in New York, in der neuen Welt, an der Börse an und gibt Anleihen aus. Zusätzlich bringt er die großen ausländischen Investoren mit den jungen aufschrebenden Eisenbahnern zusammen. Eigentlich, so wie heute auch, alle großen Fonds zum gewissen Teil in Entwicklungsländer investieren. Die Gelddruckmaschine fängt an zu rollen. Nur, was machen die zwei jetzt so besonders? Naja, eigentlich ist es nicht der Vater, sondern der junge JP, der hier die Innovation hervorbringt. Mit der neuen Arbeitszahlung hat er nämlich eine gewisse Freiheit, die er für seine eigenen Ideen nutzen kann, die sein Vater sonst wahrscheinlich für zu riskant gehalten hätte. Nun, in der damaligen Zeit, als alle ohne irgendwelche Regeln und Moral mitverdienen wollen, ist es JP, der für die Qualität der Investments gerade steht. Wenn Partner von ihm an der Börse abrutschen, hilft er ihnen in Not und arbeitet langfristige Pläne mit ihnen aus. Er bringt also als erster eine gewisse Art von Regeln in die damals noch neue und unregulierte Finanzbranche, was letztendlich Sicherheiten bringt. Grob zusammengefasst schaffen sie so über den Atlantik das erste moderne weltweite Finanzunternehmen, wie wir es heute uns vorstellen. Manche nennen es damals schon das Haus auf morgen. Nur JP ist noch lange nicht an der Spitze angekommen. Eigentlich ist er noch niemand. So, der Anfang ist also schon mal gemacht. Aber was als nächstes? Nun, getreu nach dem Motto, more money, more problems, steht das nächste Problem auch schon vor der Tür. Der amerikanische Bürgerkrieg. Und JP ist im wehrfähigen Alter. Die Mission ist somit klar, irgendwie davor drücken, eingezogen zu werden. Hier hilft ihm relativ easy sein Geld. Reiche haben nämlich einen Vorteil. Für eine Art Gebühr von 300 Dollar, einen Betrag, den damals nicht jeder einfach so aufbringen kann, kann man nämlich den Militärdienst verweigern. Nicht ungewöhnlich für die damalige Zeit, viele Wohlhabende spielen diesen Joker. Und wenn wir mal ehrlich sind, in dem Krieg hat man ja auch eigentlich Besseres zu tun, als für seine Ideale oder eine bessere Welt zu kämpfen. Probleme sind dornige Chancen und Kriege sind extrem dornig. Man hat nämlich die einmalige Möglichkeit, in extrem kurzer Zeit extrem viel Geld zu verdienen. Und wer anderes als JP Morgan weiß diese Chance zu nutzen. Er macht das, was er am besten kann. Geschäfte. Mit gerade einmal 24 und schon mehreren Jahren Erfahrung in der Finanzbranche beginnt er sein neues Side-Hustle in der Verteidigungsindustrie. Er verkauft Waffen an das Militär. JP kauft gebrauchte, meist nicht mehr funktionstüchtige Gewehre von der Armee für 3,50 Dollar ein, repariert sie und bessert sie auf, nur um sie dann an dieselbe Armee wieder für 22 Dollar zurückzuverkaufen. Klingt eigentlich wie ein geniales Geschäftsmodell. Nur ist es als Mitte-20-jähriger Finance-Bro dann doch nicht so einfach, wie man sich es vorher ausdenkt. Die Waffen sind dann nämlich doch teilweise nicht so in der Verfassung wie gewünscht. Die Soldaten beschweren sich sogar, dass sie mit den Dingern eher ihre eigenen Finger abschießen als die Gegner. Die Regierung beigert sich, JP zu bezahlen und dieser verklagt daraufhin einfach die Regierung. Jetzt wird eine Spezialkommission eingeführt, die die Sache klären soll. Das Problem ist aber, dass das Ganze nicht hinter verschlossenen Türen passiert und die Öffentlichkeit es auch damals schon nicht so geil fand, dass Banker Kriege für ihren persönlichen Profit ausnutzen. Aber das ist JP wahrscheinlich egal, denn das Side-Business läuft so gut, dass es nach und nach zu seiner Haupttätigkeit wird. Er ist es also nicht nur der teuerste Schrotthändler der Welt, also quasi der Edel-Ludolf, sondern baut auch damit den Großteil seines damaligen Vermögens auf dem Fundament des amerikanischen Bürgerkriegs auf. Der ganze Trubel ist es aber dann letztendlich auch für das Geld nicht wert. Der Krieg ist irgendwann vorbei und JP kehrt zu seiner Kerntätigkeit zurück. Er ist nämlich noch lange nicht am Ziel seiner Reise. Im Gegenteil, die größten Deals von ihm stehen ja noch aus. Nur, er hat in den letzten Jahren so viel erlebt, dass er unmöglich wieder unter seinem langweiligen Boomer-Vater arbeiten kann. Er hat ja bereits gezeigt, dass er auf eigenen Beinen stehen kann. 1871 gründet er mit seinem Kumpel, dem Banker Anthony Drexel, die Bank Drexel Morgan & Co. Müsst ihr euch aber nicht merken, denn die Bank wird schon bald umbenannt zur JP Morgan & Company, also die Firma, wie wir sie heute kennen. JP ist es also erfolgreicher Serial-Entrepreneur in seinen 20ern. Um seine nächste Masterclass zu verstehen, müssen wir aber noch schnell ein neues Verb lernen. Morganisieren. Was ist das? Um das zu verstehen, brauchen wir genau drei Schritte, die wir jetzt nacheinander durchgehen. Schritt 1. Übernehmen Nach dem Krieg ist die Infrastruktur der USA komplett im Eimer. Wie ihr aus unserem Big Four-Video schon wisst, sind zu dieser Zeit Eisenbahnprojekte das große Ding und die Chance, extrem viel Geld zu machen. Die Regierung und die großen Finanziers sind aber eher knapp bei Kasse, weil Krieg kostet ja Geld und nicht jeder hat damit profitiert. Heißt aber konkret, JPs Konkurrenten sind alle broke und er ist einer der wenigen, der Geld zum Ausgeben hat. Also rein ins Bahn-Business und die ganzen kleineren Betriebe aufkaufen. Übernehmen? Check. Schritt 2. Sanieren. Was mit den Waffen auf dem Papier gut ausgesehen, aber dann in der Praxis doch nicht so ganz funktioniert hat, versucht JP jetzt erneut. Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand. Das Land ist ein Trümmerhaufen, Geld fehlt und dann kommt da so ein Privatbank hier mit viel Kohle, der einsteigen will. Klar, dass man als kleiner Betrieb zu dieser Zeit auf den Deal eingeht. Die ganzen kleineren Betriebe werden jetzt umstrukturiert. Alles, was kein Geld bringt, wird eingestampft und alles, was mehr Geld macht, wird weiter ausgebaut. Schritt 2. Sanieren. Check. Jetzt geht's um die Profite und zu unserem letzten Schritt. Nummer 3. Fusionieren. JP hat nun über 100 Eisenbahnfirmen unter seiner Kontrolle und sich damit bestens für seinen letzten Schritt positioniert. Aus den über 100 Firmen macht er 6. Er fusioniert die Firmen und schafft so Synergieeffekte. Finanziell schlagen die Fusionen ein. Kosten können gespart werden, Preise gesteigert und, ihr ahnt es, Leute können gefeuert werden. Fusionieren. Check. Ja, beliebt macht ihn das natürlich wieder nicht. Bei den Eisenbahnern ist JP der kalte Kapitalist, für andere ein machthungriger und skrupelloser CEO, der Kartelle bildet und damit ein System baut, das einzig und allein auf noch mehr Macht für ihn zugeschnitten ist. Dank dem Organisieren ist er jetzt der Big Player. Und im Endeffekt macht er damals schon das, was heutzutage die Strategie so mancher Private Equity Fonds ist. Okay, vielleicht denkt ihr euch gerade auch völlig zu Recht, so schwer kann das ja alles nicht sein. Ein paar Mal Glück haben und Firmen finden, die abgehen, skalieren lassen und dann zack zusammenführen, kann ja eigentlich jeder. Jo, das denkt sich JP vermutlich auch. Das System ist nämlich unendlich oft und auf fast jede Branche anwendbar. Plus das nötige Geld hat er inzwischen auch schon zusammen. Was also einmal klappt, klappt auch zweimal. Oder dreimal. Zwei große Fusionen, die ihn zu dem JP morgen machen, der heute als Finanzlegende in die Hall of Fame eingegangen ist, stehen nämlich noch aus. Aber kurz der Reihe nach. JP ist mittlerweile einer der reichsten und mächtigsten Männer des Landes. Er ist auf dem Level von J.D. Rockefeller, Andrew Carnegie und so weiter. Und genau das ist auch sein Problem. Er ist einer von und nicht der reichste und mächtigste Mann. Das will er natürlich ändern. In den 1890ern wird das nächste Mal so richtig organisiert. Denn Ende des 19. Jahrhunderts gibt es einen neuen Trend. Elektrizität. Also Glühbirnen und so einen Quatsch. Menschen hatten seit Jahrtausenden einfach normale Kerzen mit Feuer angezündet und jetzt kommt da so eine unsichtbare Energie, die Licht macht. Klingt irgendwie komisch und viele sind auch skeptisch, ob sich das mal durchsetzt. JP glaubt aber an diesen Trend. Und das heißt bei ihm konkret, er investiert, weil man mit Trends natürlich Geld verdienen kann. Er hat nämlich einen Plan. Einer seiner größten Rivalen ist J.D. Rockefeller, der sein Vermögen mit Öl verdient und mit der Standard & Oil Company einer der größten Unternehmen der damaligen Welt aufgebaut hat. Rockefeller ist der reichste Mann der Welt und JP will ihm seinen Titel streitig machen. Seine These, wenn die Leute einfach Glühbirnen für Licht nutzen, kaufen sie kein Öl mehr von Rockefeller für ihre Lampen und JP will der Mann hinter den Glühbirnen werden. Nur das Thema Glühbirnen ist nicht so einfach. Es gibt quasi zwei große Denklager. Auf der einen Seite Thomas Edison mit Gleichstrom und auf der anderen Nikola Tesla, Edisons alter Schüler, mit Wechselstrom. Edison ist zu der Zeit aber der Bekanntere. Daher setzt JP erstmal auf das sichere Pferd und hat auch schon direkt die erste Aufgabe für den Erfinder. Weil er Elektrizität und Glühbirnen so geil findet, wird sein Haus das erste elektrisch beleucherte Privathaus in ganz New York. Wilder Flex zu der Zeit. Das kommt nicht nur bei den Frauen gut an, sondern auch bei den reichen und mächtigen Ehemännern, die jetzt auch alle Glühbirnen wollen. Das neue Traum-Duo baut also das erste Elektrowerk und innerhalb kürzester Zeit ist Hype Manhattan elektrifiziert. Und viel wichtiger, kein Kunde mehr von Rockefellers Öl. Jetzt geht es darum, ganz Amerika zu verkabeln. Nur, wie immer, gibt's da ein Problem. Die Debatte zwischen Edisons Gleichstrom und Teslas Wechselstrom ist noch nicht beendet. Tesla hat sich nämlich auch einen Investor geangelt, welcher nun unter der Restinghouse Electric Corp seine Arbeit promotet. Das Land ist also wieder gespalten und Tesla wird durch seine Werke und Erfindungen bei der einfachen Bevölkerung auch immer populärer. JP weiß, es kann nur einen geben. Er muss also handeln. Und es gibt ein Projekt, wo er das beweisen kann. Der Staat will ein großes Elektrowerk in der Nähe der Niagara-Fälle bauen. Es soll so groß werden, dass es den gesamten Nordosten des Landes mit Strom versorgen kann. Hinzu kommt, dass genau hier 1893 die Weltausstellung in Chicago stattfinden soll. Das heißt, man kann sich vor der gesamten Welt präsentieren. Egal, welche der beiden Seiten in Auftrag bekommt, es würde ihre Sache und ihren Einfluss erheblich auf die nächsten Jahre ausbauen. Beide Parteien fangen an, für das Projekt zu bieten. Nur, JP hat dann noch ein Ass im Ärmel. Sein Vater stirbt 1890, was sein Vermögen von heute auf morgen vervierfacht. Er hat mehr Geld und macht dem Staat ein gutes Angebot. Restinghouse macht auch ein Angebot. Und es kommt, wie es kommen muss. Das Angebot von Restinghouse ist günstiger. Das Kraftwerk und die Weltausstellung werden mit Wechselstrom von Restinghouse und Tesla betrieben. JP ist außer sich. Er hat verloren. Bis jetzt. Ein paar Jahre später gibt es eine neue Wendung des Schicksals. Tesla zerreißt einfach so sein Patent auf Wechselstrom und reduziert somit eigenwillig seine Gewinnrechte. Also komplett verrückt. Die Karten werden quasi neu gemischt. JP sieht natürlich diese Gelegenheit und weiß sie zu nutzen. Er droht jetzt Restinghouse mit Patentverletzungen und irgendwelchen anderen Vorwürfen. Kurz gesagt, er verklagt die Firma einfach auf alles, was geht. Und hier machen sich jetzt seine dickeren Taschen bewährt. Restinghouse hat Schulden und kann sich den langen und teuren Reststreit nicht leisten. Sie sind gezwungen, Teslas Patente abzutreten. JP hat also doch noch einen Weg gefunden, mitzuverdienen. Und da er jetzt auch ein großer Player in der Elektroindustrie ist, macht er das, was er am besten kann. Morganisieren. Er kauft mehrere Elektrik-Konzerne, welche er zu einer großen Firma zusammenfügt. Der Name der neuen Firma, General Electric, kennt man auch kurz als GE. GE ist heute einer der größten Konzerne der USA, mit einem Marktwert von über 100 Milliarden US-Dollar und mehr als 150.000 Angestellten. Und weil er so reich und mächtig ist, kann er auch den USA als Staat weiterhelfen. 1895 sind die Goldreserven des Landes gekippt und der Goldstandard, also der Tauschwert von Dollar in Gold, auf den die gesamte Wirtschaft damals basiert, ist in Gefahr. Mit einer Rekordanleihe von damals 65 Millionen Dollar greift JP ein und stoppt so die Wertlosigkeit von Gold und hilft dadurch der Regierung. Ja, bla bla, alles langweilig, denn jetzt folgt der Coup. 1901 schafft Jupiter, inzwischen JP's Spitzname, die größte Fusion überhaupt. Ach ja, ohne Jupiter, wegen größter Planet im Sonnensystem, ne, ihr checkt warum. Der folgende Deal wird auch von manchen als Deal des gesamten Jahrhunderts bezeichnet und katapultiert JP wirklich in die Jupiter-Umlaufbahn. Das Ganze läuft so. JP ist einer der einflussreichsten Männer des Landes. Okay, wissen wir, er ist aber halt immer noch nicht der reichste Mann des Landes. Zwar hat ihn J.I. um ein Vielfaches reicher gemacht, aber Elektro, Ghetto, schön und gut, die Welt läuft mit Öl. Das heißt auch, Rockefeller ist immer noch der Mann an der Spitze. Es gibt aber gerade ne günstige Gelegenheit, den Thron erneut anzugreifen. Und zwar, indem sich zwei Industriegiganten verbrüdern. Wir wissen ja, die US-Wirtschaft ist quasi nur Stahl und Eisenbahn. Das eine hat JP schon. Wie wäre es, die andere Seite, in Klammern Stahl, auch noch zu dominieren? Der große Fisch in der Stahlindustrie ist Andrew Carnegie. Er hat sich hier über die Jahre ein erstaunliches Imperium aufgebaut und spielt in der gleichen Liga wie JP oder Rockefeller. Der Clou ist aber, Carnegie ist alt und will in Rente. Und wie heutzutage auch Private Equity Fonds, die Mittelständler von Booman günstig aufkaufen, weil diese in Rente wollen, macht JP Carnegie ein Angebot. Er will seine Firma. Nur, wie immer, es gibt Probleme. Die Firma ist viel zu groß. Es wäre der größte Deal in der Geschichte der USA. Da Stahl auch eine Schlüsselindustrie ist, geht es eben im finanziellen Aspekt auch um enorm viel Macht. JP weiß, es muss diesmal klappen. Er darf nicht wieder verlieren wie ursprünglich bei den Glühbirnen. Und er schafft es tatsächlich, alle Parteien zu überzeugen. JP kauft Carnegie Steel und ein paar kleinere Stahlwelke, die er zu US Steel kombiniert. Es scheint, dass alle Parteien glücklich sind. Carnegie kann jetzt mit ca. 400 Millionen US-Dollar, umgerechnet auf heute ca. 7 Milliarden US-Dollar, in Rente gehen. Und JP hat mal soeben die größte Firma der Welt erschaffen. US Steel ist die erste Firma in der Weltgeschichte, die einen Marktwert von mehr als 1 Milliarden US-Dollar hat. Wenn man so will, ist US Steel eigentlich ein großer Staatskonzern, der aber von einem einzigen fusioniert wurde. Von der Größe und Einfluss wahrscheinlich wie heute Saudi Aramco oder so. Seine Macht ist nun grenzenlos. Oder fast zumindest. Der renommierte New Yorker Journalist und Biograf Ron Cherno schreibt in der Biografie House of Morgan über diese Zeit, das frühe Haus Morgan war eine Mischung aus Zentralbank und Privatbank. Nur, dass alles in den Händen eines Mannes liegt. JP Morgan hat die Spitze erreicht. Und dann kommt das Jahr 1907. An der New Yorker Börse und an den Finanzmärkten herrscht Panik. Finanzkrise. Kunden und Anleger fürchten um die Sicherheit ihrer Einlagen. Eigentlich wie bei uns genau 100 Jahre später in der Finanzkrise. Und auch wie bei uns 2007 droht damals das gesamte System wie ein Kartenhaus einzustürzen. Ein paar unsolide Firmen haben eine Pleitewelle losgedreht, was die Anleger zu Panikverkäufen veranlasst. Und jetzt sind die 50 größten Börsenmarkter der Stadt in Liquiditätsnot. Es gibt aber einen Mann, der der Krise trotzt und immer noch voller Taschen hat. JP Morgan. JP weiß, er muss jetzt Verantwortung übernehmen. Mit Anfang 70 ist er eigentlich schon im Ruhestand und damit auch viel zu alt für den Scheiß. Aber er nutzt ja alles nichts. Jeden Tag versammeln sich 50 Banker in der Bibliothek von J.P.'s Haus. Er trifft Entscheidungen, die Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft der USA haben. Quasi jeder Mensch, der Entscheidungen trifft, will seinen Rat. Nur ist der Boden noch nicht erreicht. Die Krise wird schlimmer. Am 2. November 1907 geht einer der größten Schuldner der Banken insolvent. In der Folge geht auch die American Trust Company das Geld aus. Die Kacke fängt also so richtig an zu dampfen. Als diese Firmen kollabieren, bricht endgültig das Chaos aus. JP hat natürlich einen Plan. Einen eher unkonventionellen. In der Nacht von Sonntag auf Montag schließt JP sich selber und alle anwesenden Banker in sein Zimmer ein und versteckt einen Schlüssel. Seine Taktik freien auch den Banker Ehrenkodex. Niemand geht, bevor das Problem gelöst ist. Um Viertel vor 5 morgens hat er alle Unterschriften zusammen. 5 Gesellschaften stehen für die American Trust Company gerade und die Brokerfirma, die insolvent gegangen ist, wird von seiner US-Ziel aufgekauft. JP hat somit eigenhändig die komplette Eskalation verhindert. Und mit seiner Rettung die gesamte Wirtschaft des Landes stabilisiert. Als die Zeitungen am nächsten Morgen die Schlagzeilen verbreiten, staubt die Panik und die Lage fängt sich an zu beruhigen. Er hat es also wieder geschafft. Nur wendet sich so langsam die Öffentlichkeit gegen ihn. Immer mehr Leute beschuldigen JP, die Panik erst selbst geschürt und später an der Krise profitiert zu haben. Plus, auch die Politiker hinterfragen so langsam, dass fast das gesamte Wirtschaftssystem des Landes auf genau einem Mann basiert. Die Frage ist nämlich, wie mächtig ist JP und wie mächtig sind die gewählten Politiker? Schauen wir mal kurz, was das so für Auswirkungen hatte. Aus dem Jahr 1907 soll sie gelernt werden. Da waren sich alle einig. Deshalb markiert es einerseits den Grundstein des amerikanischen Wirtschaftssystems und ebnete den Weg für die Gründung der Federal Reserve Bank, der heutigen US-Notenbank-Zentralbank. Einfach eine Stelle, die Geldfluss und Vertrauen garantiert und eben in solchen Notlagen aushelfen kann. Auf der anderen Seite interessiert sich auch so langsam der Kongress für unseren JP, der 1912 vorgeladen wird. Hintergrund sollte klar sein. Die Politik hält JP's Organisierungsfahnen für etwas zu ambitioniert. Die Politiker wollen zeigen, wer die Macht im Land hat. Und das sind gewählte Regierungen und keine Großindustriellen. Aber ist das wirklich so? Hier mal ein Dialog aus dem Ausschuss. Mr. Morgan, hängt dein Kredit nicht hauptsächlich davon ab, wie viel Geld oder Eigentum man besitzt? Nein, Sir. In erster Linie zählt Charakter. Noch mehr als Geld und Eigentum. Mehr als Geld oder Eigentum oder irgendwas sonst. Wow, ja, total cringe. Und das liegt daran, dass er zu dieser Zeit schon nicht mehr ganz so auf der Höhe ist. JP hat nämlich seit Kindestagen schwere körperliche und seelische Probleme. Schon in seiner Kindheit hat er mit Rheuma zu kämpfen und liegt deshalb tagelang im Bett. Dazu hat er schwere Akne im Gesicht, was seine Nase so groß werden lässt, dass er sich gar nicht mehr aus dem Haus traut. Öffentliche Auftritte gibt es quasi nie und so gut wie jedes Bild von ihm ist mit einem Beautyfilter retuschiert. Allgemein hat er mit zunehmendem Vermögen eine Schwäche für die schönen Dinge im Leben und gilt als großer Kunstsammler. Ab 1904 ist er Präsident des Metropolitan Museum of Art in New York, eines der größten Museen der Welt und spendet ein Vermögen, umgerechnet heute mehr als 900 Millionen Dollar. Vielleicht kann die Kunst ihm auch einfach von der Realität ablenken, denn mit 20 bekommt er das erste Mal ernste Depressionen, die er sein ganzes Leben nicht mehr ablegen wird. Die mentalen Probleme führen bei ihm dazu, dass er sich abschottet und der Öffentlichkeit weitestgehend fernbleiben will. Aber anderes Thema. Was nämlich super zu ihm passt, ist sein großes Hobby. Segeljachten. Gleich mehrere soll er besessen haben, mit denen er regelmäßig Reisen macht. Oder sagen wir Rockations, wenn es es damals schon gegeben hätte. Jachten sind auch der Grund für eine seiner legendärsten Zitate. Einem Besucher, der ihn nach den Kosten für eine seiner Jachten gefragt hatte, hatte er nur eiskalt geantwortet, wenn man nach dem Preis fragen muss, kann man es sich eh nicht leisten. Denn auch die Boote sind keine billigen Verbrauchsgüter für ihn, sondern Investments. Er hat unter anderem die millionenschwere Reederei White Star Lines in seinem Besitz, die 1912 ihr Prestigeobjekt fertig baut. Ja, er war nämlich der offizielle Besitzer eines kleinen Bootes namens Titanic, das später mal aus unschönen Gründen bekannt wird. Als Besitzer ist er natürlich auch zur Jungfernfahrt offiziell eingeladen. Leider wird er wieder mal kurzfristig krank, weshalb er seinen Platz kurz vor der Fahrt abgeben muss. Okay, Schwein gehabt, könnte man jetzt denken. Allerdings stirbt JP Morgan ein Jahr später, 1913 mit 75 Jahren in Rom. Am Ende hinterlässt er eine Frau, vier Kinder und angeblich auch eine ganze Menge Affären. Die Geschäfte übernimmt sein Sohn John Pierpont Jr., genannt Jack. Dieser führt die Firma zu neuen Höhen, aber auch Tiefen. Er wird aber auch eine andere Firma mit einem seiner Kollegen gründen, dessen Name euch heute wahrscheinlich auch ein Begriff ist. Morgan Stanley. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ihr ein Part 2 über die Geschichte von JP Morgan nach dem Tod von JP Morgan bis heute wollt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und wenn wir gerade schon dabei sind zu kommentieren, wie viel Einfluss haben eurer Meinung nach Banken wirklich? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Wenn ihr noch mehr Bock auf Wirtschaftscontent habt, schaut mal gerne bei unseren Freunden von Was kostet die Welt vorbei. Ihr habt euch mal das Thema Wohnungsnot in Deutschland genauer angeschaut. Ciao!